3 zu 2 Heims in jedem Ball fighten. Aber stark gespielt hier von Lechel. Der Russland mit 3 guten Jungen. Starker Gegen-Tops von jetzt. Von dem ersten nutzen sie der. Der gewinnt den ersten. Katzmann spielt. Für die Ober-Ellenbach-Bahn-Bürger. Wirklich der beste Spieler hier am Tisch. Drei Fehler in Folge. Auch jetzt wieder. Oh je. Oh je. Mit dem ersten nutzen sie direkt. 11 zu 7 geht der dritte. Die jungen Spieler. Und jetzt sind sie. Und jetzt sind sie. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Die haben sie den noch geholt. Wenn jetzt wie Thiago Apollonia diesen Ball zurückspielt, aus der Defensive in die Offensive und dann zum Punkt gewinnen. Und wieder ist es Thiago Apollonia. Mit dem Vorhandflip beendet er das Spiel. Somit gewinnt Neu im abschließenden Doppel mit 11.